Genau, das ist das, was ich gesucht habe. Schaffen werden. Versuchen? Oh, ist das schön angenehm. Lecker, lecker, lecker. Mücke! Fliegenklatsche! Das Tode ist! Ich hab's erwischt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic, so bei mir den Kabin in The Fork. Es ist wieder neblig. Wir haben heute Sachen vor. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schaffen müssen. Also, müssen alles, aber schaffen wollen. Nee, das ist auch falsch. Schaffen wollen will ich ja auch alles. Schaffen werden. Genau, das ist das, was ich gesucht habe. Schaffen werden. Versuchen? Ich brauch Kupfer. Ich brauch nämlich bestimmte Sachen, die nur bauen kann, wenn ich den Verbesserten herstelle. Ich bin mit dem Bohrer bauen. Und ich geh mal davon aus, dass ich da den Verbesserten brauche. Und das ist einfach bloß der Große. Er ist groß. Aber nicht groß genug. So, ich brauch... Ach du Scheiße, das ist ja da hinten. Naja, ich gebe dem Teil nix umsonst. Ich werde mal kurz da hinten. Das ist ja um der Eck ist, das. Ist doch gut, Mann. Da siehst du, das ist doch ja nie weit. Ich hab doch ja nie gelohrt. Schill mal deinen Nangels, Mensch. Das ist eure Regen, wa? Da fielts mir wie Schuppen von den Augen. Äh, warten sie mal. Wo hab ich denn schon wobei geparkt? Nirgendwo. Ich habe nirgendwo geparkt. Aus folgenden Grund. Ich bin ja teleportiert. Da fielts mir wie Schuppen von den Augen. Ich hab gedacht, jetzt kann ich mal so schnell hier hindüsen. Aber nix da. Düse, düse, düse im Arsch. Naja, gut. Ich kippe mal nach, ob ich mit meinen Newton duper, super, duper Anzug zehn Meter laufen kann. Oh, ist das schön angenehm. Lecker, lecker, lecker. Ich würde sagen, das ist klar. Der eine, der eine Heimat hat, die Heimat macht den dümmsten satt. Solange es den Kabin gibt. Der sein Luzo liebt. Jaja. Joa, also, bis dahin. Dann brauche ich noch Silizium. Und wie gesagt, Nahrung brauche ich ja auch. Aber da habe ich ja schon so ein paar Sachen eingesteckt. Ey, ich gehe schon wieder los mit Sack und Pack, wa? Einfach ignorieren. Ihr müsst lernen, ignorieren zu können. Dann lebt es sich einfacher. Diesen Satz sollte ich mir merken. Und die ersten fangen schon ihre Zehen an zu fletschen. naja, ja, 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 ja. So, ey, hier, Nahrung am Stissel. Mücke! Fliegenklatsche! Das Tode ist! Ich habe es erwischt. Glaube ich. Sie sah sehr, sehr tot aus. Alter, ich brauche eine Vollautomatik Fliegenklatsche hier. Also Mückenklatsche, mein Ding. Mückengitter. Ich brauche mir die Größe Mückengitter, was es hier gibt. Meins. Meins. Äh, Moment mal. Gleich meins. Oh, was denn nun schon wieder? Boah, schon wieder. Wo ist das Vieh? Wo? Die sind abartige Vieh. Ja. So, komm her. Ich mach dich weg. Ich mach dich nicht weg, weil ich keine Munition in Lauf habe. Ah, ja, ja, ja. Das machst du nicht nochmal, du. Mann, sind die. Die sind schon ein bisschen ärglich. Aber bloß ein ganz kneltes bisschen. So, warten Sie mal. Ist das was? Beton kann ich mir so herstellen, ne? Ja, nicht stellen. Fahre nicht denn. Gabi muss fahre nicht denn. Es gibt gleich böse Kommentare. So. Hätte da noch ne Mücke und die krasse aus. Die krasse aus. Der ist mein Ausseerast, die Gesicht. Kann man nie unterscheiden, ich geh's. Achso, das ist ein Pilz. Pilze bringen mir nichts. Pilze sind, äh, nicht so, wie ich's gedacht hab. Ah, ja. So, das nehmen wir mit. Wir haben's ja gleich geschafft. Oh, Nahrung. Lecker, 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 Nahrung. Lecker, 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 lecker. Ist mir zu schwer, ich geh hier lang. Ja, ist doch gut. Ach stimmt, ich hab ja auch noch ein paar Träubchen. Ist ja ein Träubchen. Dann zieht die noch hin. Siehste, und schon ist die Lebensenergie wieder froh, Lockett. Dieser Weg, er wird steinig sein. Mückig. Windig. Scheiße. Oh ja. Das ist der neue Song von mir. Kommt nächste Woche nicht auf CD. Auch nicht bei Spotify. Ey, so langsam könntet mal wieder aufhören zu regnen, ne? Ich weiß nicht, ob meine Klamotten so wasserfest sind. Lalalala. Ja, 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 ja. Da bin ich richtig. De Kupfer. Ein wenig Kupfer darf sein. Dann mach ich das ganz von allein. Dann mach ich ja so oder so. Jetzt ist ja wohl alles klar. Klarer, jetzt nicht. Ich drehe mir im Kreis hin und her. Dann ist ja kein Kreis. Das war's. Wie ist der? Ich hab mir so gerne eine Brücke hinterlassen. Halt, 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 halt. Geh doch nicht. Ich hab gedacht, ich hab was vergessen. Alter Bergzicke, ich kann nicht. Ich kann nicht noch. Also, warten Sie mal kurz. Ich muss jetzt erstmal wieder können. Jetzt kann ich's. Siehste, ich kann's. Genau, ich hausse ihn noch. Ey, da ist ein, äh, ein Gubbel, Gubbel. Oh, Spiel, kannst du das mal bitte sein lassen? Weil das ist nämlich ganz schön kinderlich. Er hat den Faden verloren. Oh, hast du den Faden verloren? Oh, wir warten Sie mal kurz. Der hat nämlich Dienst mit bei. Ey, es hat auch gehört. Also, ich mach dir mal kurz hier. Okay, mach ich nicht. Ich mach erstmal hier. Also, erst mach ich hier und dann mach ich da. Die Treppen würde ich aber auch gerne behalten, weil die Brau... Acht, sie sind ja Steintreppen. Scheiß drauf. Scheiß auf Steintreppen. Brauch Kehrer. Noch nicht. Aber sehr, sehr weit. So, warten Sie mal. Äh, Silenzium, Silenzium. Äh. Deletium. Sorry, doch. Kohlensstoff? Wir zieht nicht auf der anderen... Ist ja schon auf der anderen Seite des Planetens. Also, noch weiter kann es ja nicht sein. Hab ich hier hinten noch irgendwas? Nichts. Rein gar nichts. Ach, Scheiße. Das ist doch nicht cool. Und ich hab ausgerechnet heute kein Gleiter. Und ich hab nichts mit bei. Nischt. Nada. Niente. Verdammt nochmal. Auf, auf, sprach der Hund zum Hase. Hörst du nicht die Jägerblase? Okay. So. Erstmal eine Runde rumgeblödet. Jetzt kann Marvilla hier an den Strick ziehen. Ich hoffe nicht, dass es mein Strick ist. Das kann ich doch umreißen, ne? Zwar nie so viele, aber hebt eins auf die Nüsse. Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen über mich selbst erschrocken, du alte Sau. Entschuldigung, warte mal kurz. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Alter, hab ich mich feucht gemacht. Ich war gerade so im Redefluss. Und dann kam die alte Krackbratze an. Dafür darfst du hier verjammeln. Alter Falter. Ja, kack doch. Woosa. Du bist die Ruhe? In Person. Non persona. Ah. So, okay. Also, ich brauche ja bloß... Ach nee, das ist ja Kohlenstoff. Ich brauche ja auch noch Kohlenstoff. Da war ja was. Äh. Äh. Ich vernichte den jetzt. Bitte nicht meckern. Weil ich hab noch ihn, äh. Der tippt auf jeden Fall, mega. Ich hab ihn verloren. Ich hab dann nicht aufgepasst. Oh, es tut mir leid. Jetzt siehst du, der ist nicht mehr da. Hm. Das muss ich mir nicht... Ich muss... Ich muss lernen, besser auf mein Zeug aufzupassen. Also... Dat wird das Sinn. Scheinjahrt. Scheiße, das Mikrofon ist ja noch an. Entschuldigung. Ey, wenn ich platz... Äh, wenn ich looten will, dann mach ich alles für. Also. Ich wollte grad sagen, ich hab schon wieder was gesehen. Es war aber bloß eine Bewegung. Moment mal. Bewegung? Das ist ja genau das Richtige, wo du Ausschau halten soll. Wieso ist hier so ein Dude? Angriff! Attacker, 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 attacker. Oh, Spiel. Diese Tickhackere darfst du nicht unterbrechen. jetzt sind mir die liebsten werden getötet und kriegen noch nahrung geben noch nahrung nahrung mein dick steht ja noch so doof rum und ich habe ja eigentlich daneben geschossen also hat er zuerst geschossen getroffen oder versucht zu treffen wie er hat ja auch daneben geschossen okay dann dividiert er beleidigt was ich gesagt habe einfach einfach löschen ist schon wieder so eine mücke irgendwann muss ja mal schluss sein hier dann kriegt mir das überleisten ganz gut bleiben ganz ruhig bleiben sie hat uns noch nicht entdeckt spiel zum glück waren die nachgeladen schon wieder warum bin ich angegiftet hätte der war drei trillion kilometer entfernt das ist fieses das ist nicht möglich also ich darf nicht weggehen stimmt macht sinn bei den vier machte sinn äh das kann nie wahr sind ist aber ich sehe noch nicht mal dass sie irgendwas schließen oder so oder ist das hypnose ich schaue dich gleich aus du wirst es aber nie erfahren und welche und dann hypnose man bin ich ja richtig weit gekommen war also rein theoretisch könnte ich ja erstmal nach hause zu base meint ich und sachen los werden ich glaube das wäre so ja besser ich glaube das mache ich oder nein doch man wir sind heute richtig weit gekommen war eben um den hügel rum und wir haben äh irgendein vier killt es war böse es hat eine waffe dann gibt es nichts zum essen naja gut ich gönne mir einfach ein paar wehren und das ist ein weintraubenkabin silizium silenzium silenzium aber ihr könnt mir schon mal die zweite werkbank herstellen dann könnt ihr nämlich die bohre herstellen wenn ich wies fertig dazu brauche und könnt ihr bei uns rausschmeißen klingt erstmal clever mal schauen wie wartet umsetzen ob wartet umsetzen wann und und frei essen naja gut hier machte jetzt sind man sieht dass es hier eigentlich so ist es soll ja im teil zum dastehen aber sobald ihr unten ist also sobald wir unten sind ist doch nichts mehr hat auch ein bisschen komisch ist eigentlich dürfen wir hier ja nie bauen wenn so ist eines zackbums wo wir weg also sollte ihn verzeihen die luft ist rein so der hand ist eins liefst du bist fertig schmeißt jetzt hier in weitest du mich der tut er in den lustigen billig scheiß nur den billig scheiß und ich kann dann erst mal wieder das ist ja sagt sagt feiern mit ja eigentlich nicht das muss auf jeden fall in wird hoch wird hoch das hol ich mir alle nachher wieder raus bitte helft mir daran dazu denken ich kenne mich doch oh ja böse wirst du sein vergesslich wirst du sein immer noch nicht flug spulen ach so jetzt fehlen mir ach du scheiße jetzt fehlen mir auch noch die ach das kann ich ja nicht herstellen oder brauche davon welche diese verflungte gold gut dann bauen wir uns zuerst da aber dann muss ich hier da ein paar sachen mitnehmen also ein paar sachen mehr naja ist ja nie so schlimm Hauptsache Nahrung kommt mit warum komme ich nicht mehr raus das ist nicht gut jetzt holen wir uns noch ein bisschen Silenzium und Kohlenstoff was nebenbei ist sammeln wir auch noch ein ich bräuchte eigentlich mehr aber hier ist kein Wasser alles gut da würde mich nicht wundern wenn du die Mücken ausspucken tust sei da und ich pflege dich und äh ne pflegen tut dich nicht aber lass dich an leben ich hab gedacht du schützt mich mit schützer mich Silenzium 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 jetzt jede Villa da durch die Kasse Mücken wo geht durch durch den Sumpf wie bescheuert ist denn das auf so eine Blödheit muss man erstmal kommen siehst du mein Herz schlägt schon richtig dafür na gut Nahrung wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen ich wusste ich wusste ist das oder ist das bloß clean Mücke mach eine Mücke ich hab gedacht das ist eine Mücke jetzt gewesen eine richtige Mücke eine richtig fette Mücke richtig fett nicht das kenne ich doch oh Heimat kenne ich auch von woanders und von hier das sind drei also die sind klein aber das war groß und zerrös und rös monstruös bei den sehr gut vergessen würde ich sollte aufhören wenn ich am Laden bin äh abzubrechen das kann sie mal auch nicht schon wieder bleib doch mal stehen ich will dich töten du ich hab mir getroffen oh das sind's wir hier drin gelegt äh auch meine Reaktion zeigten sind aber heute will er und freuen im kreis dann sterb davon alleine so ina ist schon mal weg ey dich hab ich auch nicht drauf gehabt Orientierungssinn ich hasse diese Viecher ich hasse die 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 sind jetzt auf meines Gala ganz weit oben auf der Abschussliste ich rotte die hier aus aber gut ne also Sumpf und Mücken ja dazu ist nix mehr zu sagen Ernährung ich ich jung und seitdem ich weiß dass hier auch so Viecher rum patrouillieren mit ne ne Freundchen und noch eh ne oder sie wusste noch nicht dass sie tot ist ihr Körper hat weiter gelebt So langsam mal wächst drauf, der Mückenkeller. Muss ich gucken, ich guck. Schön ist dir auf der Welt zu sein. Warum hast du keine Nahrung, hast du gesagt, du sammelst doch auch wegen Nahrung. Oh, dann muss ich nur noch die Lämpchen bauen, weil ich muss ja da auf dem Planeten unterirdisch bauen. Nahrungstechnischerweise. Oh ja, was werden wir tun? Wie weit ist denn fünf Stück? Ist das alles, was du hast? Ja, erst mal. Erst mal schön die Ohren zu schmatzen. Ich kann dich hier sehen. Im letzten Sprung bin ich den Ruckler entwichen. Ich glaube, das ist nicht das Spiel, sondern, äh, doch, ich nehme das zurück. Ich glaube, das ist das Spiel. Das sind die Viecher. Und zwar ist das eine Überlebenstaktik von denen. Oh. Wie weitet? Wie geht das? Ich hoffe, ich habe dich hier recht. Ich glaube, das Vieh war das gewesen. Also, ich würde so etwas nicht tun. Und wenn denn es ist aus Versehen. Das war ich aber. Ich hab mich gerade über meine eigenen Schritte... Moment mal. Hä? Ich wollte jetzt gerade sagen, wann hab ich denn das umgestellt? Geistesabwesenheit. Das würde die Wesen sein. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Hör auf, das Ding umzustellen. Ach so. Erstmal meckern. Hey, ich hab gedacht, der hätte jetzt schon wieder umgelegt. Ich vergesse immer, dass die Wurzeln noch dazwischen sind. Zwischen mir und diesen Stein. Erz-Stein. Hat sich an wie ein Song von Rammstein. Erz-Stein. Ich bau dich. Hah. Ah, nein, 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 nein. So langsam haben wir den Trick raus. Erst mal. Dann ist noch Ina. immer hier kleen kaka und immer du ich mache jetzt eben auf känguru nicht abhauen auf konfrontation obwohl ich da nicht geschossen habe ich bin der geilste schütze kann ich mich gleich bei csgo anmelden mikrofon war jetzt nicht so gemeint so und jetzt bewegen sie gleich die bäume und diesen ends und dann hauen sie mich zu klump ist trotzdem cool aus bis auf die mücken die mücken ganz schön auf wir haben sie schafft weiter wie weit ist denn das kommt ja ich habe ja munition ich habe nachher produziert ja so was dann ja nie tot ich habe gedacht du bist tot gewesen zurecht ich brauche dein fleisch denn es ist billig und billig nahrung nahrung du kommst aus mir du gehst wieder in mir klingt so verkehrt war aber das ist ja nun mal wahr ich sollte mal wirklich euren tipp hat die erze an ihnen tut entmarkieren genau eigentlich so richtig erwartet ich habe es nie gesehen ob ihr link von der nahrung wo noch mal da ist sind ja gleich haben wir sind jetzt kommen wir näher ich spüre zu riechst mich wie ein wurm durch den boden dann würde ich ja sagen ich habe ja fast heute erreicht was ich machen heute war monster platt gemacht hier buddelt nahrung gesucht und wieder verbraucht naja wie gesagt wer arbeiten tut muss wer arbeiten muss er muss auch arbeiten hat ist ein geiler spruch den sollte ich mir ganz toll merken kannst du kein erzählen und mir wurde auch gesagt dass ich bei uns habe ich noch nicht probiert wenn ich steine abbaue soll die möglichkeit bestehen das aber ein alter kommentar neu gewesen sollte die möglichkeit bestehen da gold zu hat genau gesehen zu fahren kann mit einer bestätigen weil es war doch nicht verneint also ich habe von euch nichts gelesen also des kommentares das nicht stimmt oder so und warum sollte nicht stimmen wo ich habe es jetzt nicht danach geschaut da müssen wir gleich mal ausprobieren ist ein ofen wie ich nach hause wären ja wohl in zwei steine seien also habe ich jetzt alles abgebaut ist das jetzt alles weg saubere arbeit jetzt ist alles hier so sag jetzt nicht das ist der ausgang naja wir haben ja unser siehst du da war noch was wir haben unser allzweck tool ich buddel mir einfach nach oben tja leute ich würde mal sagen wir haben alle zusammen was wir brauchen musik bloß noch will er zurückkommen und bisher sachen sortieren die brauchen nicht das ist die große schwere das sind meine schritte bleibt es kann nicht wahr sein wenn man schon über seinen eigenen schritt angst hat denn ist es soweit denn ist das schlimmste sammeln wir sie ja ich sehe dich ich sehe dich bleibe ganz cool ganz cool habe gesagt cool da ist aber ina nicht cool da ist noch ina wo ist da noch ina da unten die babys die baby aliens spinnenpiecher die spinnen das schöne ist das wäre so schön für fleisch aber ich sehe die nicht die kaka machen die platte sind zu viele immer noch nie tot die sind unsterblich die schicken die haben gottmut versuch seine bahn zu erhaschen der versuch nicht zu verarschen wo bist du denn entschuldigung ist der jetzt abgehauen der kommt doch gleich wieder toll jetzt habe ich die anderen verloren jedoch nicht ich habe mich darauf gewartet dass du verschwinden ist und wieder kommst und mir in den rücken fallen willst aber daraus gewischt freundchen sportsfreund schade ist dass ich jetzt die anderen nie wieder finden werde war auch da ist die schneise der zerstörung eigentlich ist das immer die geizte weil das rennt nicht weg das will ja auch was führt von von dir so gut die anderen sind wohl geschichte hätte gras ist zu hoch zu hoch ach man gerade die großen müsste ich doch jetzt sehen berg ritz ich sehe die immer noch nicht diese klinge na wie heißt es immer so schön man sollte gehen mit am schönsten ist und ein bisschen noch eine spinne was 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 wo bist du denn da bist du hab dich so tot ich gehe noch nicht ganz jetzt schon tja chill deine nuggets ja ok jetzt nicht mehr ich gehe jetzt nach hause das ist mir viel zu aggressiv hier das ist zu weit war für zu hause da muss ich hin ja genau in richtung spinnen die spinnen doch wohl ach so ach guck warte kann ich ja gleich mal so nebenbei mitnehmen aber erstmal muss ich was schnabulieren sind das die toten ne sind keine toten du bist nicht tot lass mich in ruhe ich habe deine kumpels platt gemacht hast du das nicht mitgekriegt oder was ich bräuchte hier einfach bloß stehen bleiben und das essen kommt von alleine aber gut man sollte nicht so gierig sein ach so steine da war ja was so ich fräse jetzt in diese blöcke weg steine es wurde auch nie geschrieben wie viel ich davon abbauen muss wenn die welche steine sind sind so ein stein oder liegt ja auch noch andere steine aha eingelegt hast du gedacht ich habe es nicht mitgekriegt oder was ich habe dich eine meile vor vorher schon gehört ich bin abdaten gesehen ich bin auf den ruf und dann bin ich weg gesprungen weiter voll der könne es ist mir eindeutig zu gefährlich hier und gibt meistens bei nacht meistens kommen sie bei nacht und da ist es wieder bewiesen die freundchen spinn mal hier nie rum hab dich gesehen sei mal denkt sie bin blind oder wat könnte ich mal unten sehr nice auch so groß und kein fleisch verzeiht und ist nie du bist du spiel und da lassen sie das na gut versuchen wir mal lebendig nach hause zu kommen sollte man so langsam zu ballern die glocke hier schon wieder huns und kunst an nein 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 ich habe keine zeit oder ist ja noch hier ist alles voll voll cool hier ist ja auch nahrung ist ja wie in in der real life erst kommen die pflanzenfresser und dann kommen die fleischfresser und die werden die fressen lecker ich würde mal sagen dass eigentlich weiter gut gelaufen das war wie gesagt machen wollten haben wir geschafft wir haben zwar noch nicht gebaut also konstruktor oder sonst irgendwann aber die materialien was ich aufgeschrieben hatte habe ich geholt habe ich wirklich gab mir tafel besorgt und da steht alle dran bitte hol das wohl das wohl das ist der siehst du vorbereitung und so ne mal gucken wie lange das hält also kaps netz noch nie nicht schon wieder ich habe das letzte war nicht nur gesagt ich habe es auch wirklich immer also schreibenderweise wo bist du denn ich hab nie nachgeladen ich bin der held so ne machst du nicht noch mal was war so um sie die scheiß hausfliege das war eine mücke ach so lasse kuscheln ach so da auch noch schön an die viecher abgewischt was ist wirklich unsere base immer schon davon aus ne also sonst wird es kompliziert da hinzu naja gut das ist da sehr sehr weit weg muss so sein na gut leute pass auf ich bringe den ganzen sheet nach hause ich hoffe euch hat es gefallen und ich würde mal sagen ich kontrolliere morgen alle noch mal und dann machen wir uns auf den weg noch mehr sammeln denn ich will dich nie mitnehmen ich wusste ja dann wäre man nämlich kicken auf alles haben und denn dann überlegt mir ob ich da denn das wird immer mehr wieder kommen sie bitte mit ja denn wenn man mich schauen opfer da noch material brauchen denn sammeln machen wir uns auf den weg zurück ich glaube das beste was man kann also halten die ohren steig ich bin dann raus tschüss